Kolb probiert jeden Tag ein wenig günstiger zu sein. Morgen befolgen wir diesen Artikel. Ein Liter Coca-Cola kostet MombiCop nur 95 Kronen. Und ein Kilo Bananen nur 1,60. Herrenpullover in verschiedenen Farben und Modellen gibt es für 39 Franken. Und der feine Butterzopf ist 1 Franken günstiger. Das erfrischende Getränk ist so bekannt, dass man im Markerquiz wirklich nichts falsch machen kann. Ausser den Coupon nicht einschicken, natürlich. Also, bis morgen im Kolb.